Mein Name ist Wang Lan. Ich lebe in Berlin. Ich bin eine Freie-Günstlerin. Ich habe in Kanächen-Gesische Tutschenmalerei und Kalligafisch studiert. In meiner Provinz, Guizhou und in Shanghai und in Kassel und noch in Kassel. Von Anfang an war ich immer in Blätter. Gut, wie gesagt, wenn man die Blätter malt, gibt es immer eine Regel. So, male ich die ersten Blätter. Die Pinsel benutzt man so. Ja, die Großdaumen vorne zu dir und die andere Finger so und zwei vorne und zwei hinten. Und dann, wenn wir sitzen, das heißt die Pinsel zu Papier oder zum Tisch. 540 Grad. Okay, jetzt wollen wir mal die Blätter zu malen. So. Erste. Zweite. Und dann die dritte. Man muss mal aufpassen. Wir müssen immer die Innere in Ruhe sein. Und du musst auch locker sein. Denkst du nicht an, was die anderen Krems kamen. Sondern ich gucke, wie ich meine. Was ist ein schönes Malen. Und man muss auch immer im Kopf immer eine Vorstellung haben. Wie sollte die Bambus aussehen. Und dann kriegt man auch hin. Wie man das malt. Wie das aussehen sollte, ne. Okay, wir haben jetzt drei. Jetzt muss ich eine Gruppe malen. Und dann mache ich jetzt zum Beispiel, ne. Ich mache jetzt 1, 2, 3. Und dann 4. 5. 6. 7. 8. 8. Und wir müssen immer aufpassen, dass nicht alles so locker, ne. Diese mit Luft. Nicht tot, sondern lebendig. Sollte lebendig sein, ne. Okay, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt eine Gruppe. Ne. Wir haben jetzt. Okay, jetzt haben wir eine Gruppe. Deshalb, wie gesagt. Wir haben immer von. Erst. Erst. Zwei. Drei. Und dann fangen wir mal die eine Gruppe. Okay, jetzt. Das ist die Blätter. Jetzt fangen wir mal die Stamm zu malen. Wie gesagt. Wir machen immer dem Papier ein bisschen schräg. So. Und dann. Muss schieben. Und mit Kraft. Das ist nicht, was wir festhalten, sondern einfach innere Kraft. Sehr wichtig. Ja. Wie gesagt. So. So. Und normalerweise Bambus immer runter kurz. Und je mehr höher, desto länger. Ja. Und jetzt machen wir mal. So. Die Stamm. So. Die Stamm. So. Und dann nachher seitlich. Seitlich. Schieben. Ja. Okay. Jetzt haben wir das. Und dann jetzt natürlich die wichtigsten ist, dass du dir die Äste. Ja. Wie gesagt. Die Äste. Wir können nicht hier einmal machen und da machen und da machen. Das geht nicht. Wir müssen gucken, wie ist das schönste Malen. Und da okay. Wir haben diese Stamm fertig. Und dann kommt diese zwei Punkt. Das sind zwei. In Bambus gibt es immer diese Stäche. Stache. Stache. Okay. So. Die zwei Punkt. Okay. Jetzt kommt die Äste. Ja. Na, die Äste, wir gehen hin, zurück, hin, zurück, ja, okay, wir haben jetzt die Äste, wie gesagt, die Äste können wir malen, wie man will, je mehr die, je mehr die, desto besser, okay, wir haben zum Beispiel jetzt die Äste, und dann jetzt machen wir mal die Blätter, die Blätter, das ist so, wie gesagt, da muss man aufpassen, zum Beispiel, ich habe hier eine Gruppe sehr dicht, und da muss ich überlegen, da andere Blätter ein bisschen nicht so dicht, und wie gesagt, die Tusche ist zwar schwarz, da gibt es die, da gibt es eigene Tusche, da gibt es fünf Farbe, das ist nur wegen, wie viel Wasser man hat, und deshalb, da mache ich jetzt ein bisschen hellere Farbe noch, wieder zu hellen, zu hellen, zu hellen, gut, dann können wir hier noch ein bisschen mehr nach oben, und dann kommen die Blätter, Wenn das die Äste nicht genug wird, kann man natürlich hier noch ein bisschen Äste, nur drei paar Züge, mal nennen, aber natürlich am besten, dass man vorher hat, äh, man hat, ne, okay, jetzt haben wir, die Bambus, okay, ungefähr so gemalt, und wie gesagt, wir haben auch, äh, äh, in China, da gibt es keine Gaffee, deshalb gehört dazu, zum Beispiel, ich habe ein Weißbier, habe ich das fertig gemalt, und dann, gut, dann finde ich hier ist ein bisschen zu leer, dann mache ich hier noch ein kleineres, zum Beispiel, ne, manchmal, wie gesagt, die Chinesische kann man, äh, 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 wenn ich finde, irgendwo finde ich nicht so toll, dann kann ich mal, zum Beispiel, eine Blätter, zum Beispiel, ich finde hier nicht schön, dann mache ich ein Blätter über, und dann kann man ein bisschen schummeln, und dann, dass man die sieht, dass man auch nicht sehen, dass diese Blätter nicht schön ist, ja, okay, gut, ja, das ist der Bambus, okay, wie gesagt, dann, wenn ich das schon fertig, dann muss ich überlegen, wo ich, äh, noch, ähm, ähm, Kaliografie schreiben kann, zum Beispiel, wir kann, äh, brauchen wir ja die Name von das Bild, und dann brauchen wir dein Name, eigene Name, und dann ja, zum Beispiel, okay, ich finde, okay, ich finde, schreibe ich hier, zum Beispiel, ich schreibe, ähm, das heißt, Winterbambus, und da habe ich es so geschrieben, dann kommt es 2014, und dann, ja, und dann brauchen wir, da brauchen wir natürlich hier eigene Stempel, ja, so, wenn das mein eigener Stempel drauf ist, fertig am Bett, so ist das dem Bambus, wie gesagt, wir, die allerwichtigsten, dass man, ähm, so konzentriert und mit Kraft, innere Kraft, wie Meditation, und dann deshalb, wenn man, wenn man nervös ist, dann sieht man auch sofort, wie man das, äh, auf die Bilder kommt, gut, so ist das Bambus, das ist das Bambus, die äh, auf die Bilder kommt, le MindORT-Winter berешьt, dann kommt das Bambus,